So, hier wären wir. Tierarztpraxis. Assistentin. Sie hat auf einer Lehrstelle 360 bewertet. 360 auf einer Lehrstelle. Es ist ein Beruf, der sehr beliebt ist, vor allem bei den Mädchen. Die Anforderungen, die man mitbringen muss, man darf absolut keinen Ekel haben. Ekel gegenüber grusigen, eiternden Wunden, gegenüber verschiedenen Gestänken, durchfallen, blutiger Durchfall, hat einen sehr starken Eigengeschmack. Das glaube ich. Es begegnet sehr oft bissige Hunde und bissige Katzen, weil die Tiere Angst haben. Da muss man einfach mit der nötigen Ruhe, aber auch mit der Sicherheit an das hinzugehen. Wenn das Tier merkt, du hast Angst, dann hast du verloren. Also da vorne fehlt einer. Da fehlt einer. Fein, ich meinte.